Am Ende kommen alle aus einer Vollgaswelt mit absolutem Perfektionsdruck. Irgendwann wird es dann ganz ruhig, weil alle nur noch machen und fühlen und auch überhaupt gar keine andere Wahl haben. Entweder du machst es halt oder du lässt es. Man muss im Hier und Jetzt sein und das ist auch gut so.